In diesem Video geht es um den Schlüssel zur Freiheit. Viel Spaß damit! Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video geht es um den Schlüssel zur Freiheit. Und für mich persönlich gibt es einen entscheidenden Punkt, eine entscheidende Erkenntnis, die man im Leben braucht, um wirklich zur Freiheit gelangen zu können und um wirklich zur Erfüllung gelangen zu können. Und dieser Schlüssel nennt sich Persönlichkeitsentwicklung. Und viele werden sich jetzt fragen, ja, aber warum sollte ich das tun? Ich möchte dir einige Beispiele in diesem Video geben. Punkt Nummer 1. Ich dachte früher immer, Geld oder eine tolle Frau oder ein toller Körper machen das Leben liebenswert. Und wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Mit diesem Mindset jedoch setze ich mein Ziel dafür, dass ich glücklich sein kann, in die Zukunft. Und die Zukunft wird nicht kommen, denn wenn die Zukunft kommt, kommt sie als jetzt. Das Leben besteht nicht aus Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, sondern aus aneinandergereiter jetziger Momente. Wesentlich klüger ist es, jetzt die Erfüllung zu finden, jetzt dankbar zu sein für das, was man hat und die Wahrscheinlichkeit, dass der Rest nachzieht, ist dann wesentlich höher. Der Punkt ist aber folgendes. Wenn du dich mental nicht weiterentwickelst, sondern du dich lediglich im Außen auf deine Ziele konzentrierst, dann kann es sein, dass du dein Leben lang dafür arbeitest, um viel Geld zu bekommen. Und selbst wenn du viel Geld bekommen solltest, wirst du nicht glücklich sein, denn dein Glück ist abhängig von deinem Geld. Andersrum kann es sein, dass du dein Leben lang versuchst, deine Traumfrau zu finden. Und in dem Moment, wo du sie hast, merkst du, dass du nicht glücklicher bist als eigentlich, denn dein Glück ist abhängig von deiner Frau. Die größte Freiheit, die wir uns alle im Leben erhoffen können, übrigens dasselbe Spiel mit Geld oder auch mit deinem Traumkörper. Wenn du unbedingt als Frau 90-60-90 hast oder als Mann, wie es bei mir war, dich runtertrainiert hast auf ein Sixpack und du nimmst dann wieder zu. Es ist blöd, wenn du dein Glück abhängig machst von deinem idealen Körper oder von deinem Traumkörper. Am meisten Freiheit hast du in deinem Leben, wenn du glücklich und zufrieden bist mit dem, was du bereits hast und dein Glück nicht abhängig machst von den Dingen im Außen, die du eventuell erreichen kannst. Wenn du jetzt nicht mental mitwächst, während du deine Ziele im Außen erreichst, dann gibt es einige Stolperfallen, die dir über den Weg laufen können. Beispielsweise in Bezug auf Geld. Wenn du immer mehr Geld verdienst und du wächst mental nicht mit, dann läufst du sehr großer Gefahr, dass du beispielsweise arrogant wirst, dass du viel zu stolz wirst, dass du überheblich wirst oder dass du vielleicht komplett den Bezug zur Realität in Bezug auf das Monetäre verlierst. In Bezug auf Frauen beispielsweise läufst du Gefahr, dass du in dem Moment, wo du dir das Glück erhoffst von deiner Partnerin und immer nur nach hübscheren oder tolleren Partnerinnen strebst, dass du in dem Moment, wo du sie hast, dich selbst in der Partnerschaft verlierst. Du gibst dich auf und in dem Moment ist das der erste Schritt, wieso du und auch der erste Grund, warum du keine glückliche Partnerschaft mehr haben kannst. Denn eine glückliche Partnerschaft besteht aus zwei Personen, die zusammen sind, weil sie sich wollen, nicht weil sie sich brauchen. Da draußen findet man jedoch zu einem sehr großen Prozentsatz Beziehung, wo zwei Menschen miteinander sind, weil sie sich brauchen. Aber wenn du deinen Partner brauchst, dann stehst du in einer Abhängigkeit zu deinem Partner und dann ist es so gesehen keine Liebe. Denn Liebe heißt geben. Liebe heißt, du hast alles für dich, du bist glücklich, so wie du bist, du möchtest dein Leben aber gern mit jemandem teilen und ein anderer Mensch ist auch glücklich mit seinem Leben, was er hat, was er lebt und möchte sein Glück ebenfalls gerne mit einem anderen Menschen teilen. Eine glückliche Beziehung besteht nicht aus zwei Menschen, die sich zusammenfinden, weil sie glauben, durch den anderen ein in sich drin fehlendes Puzzleteil ersetzen zu können und somit komplett zu sein. Denn diese Abhängigkeit ist der Tod für jede Beziehung, denn man wird bedürftig und braucht etwas von seinem Gegenüber. Und jeder von uns wird vielleicht dieses Gefühl kennen, wie es sich anfühlt, wenn eine Person auf einen zukommt, egal ob es ein Freund ist, ob es die Partnerin ist, ob es der Partner ist oder ob es jemand aus der Familie ist vielleicht. Und du merkst genau jedes Mal, wenn der Kontakt zu dir hat, dann braucht er irgendwas von dir, dann will er irgendwas von dir. Das sind Sachen, die einfach subkommuniziert werden, die gespürt werden. Das heißt, wenn du wirklich frei sein willst, wenn du wirkliche Freiheit leben willst, hat das nichts zu tun mit Dingen im Außen. Auch Geld kann dir keine Sicherheit geben und keine Freiheit. Ich möchte dir ein anschauliches Beispiel nennen in dem Moment. Stell dir vor, und wir machen jetzt einfach mal das Ganze als Gedankenexperiment, stell dir vor, du hast 5000 Euro und du legst diese 5000 Euro in Aktien an und du gewinnst, sagen wir, 5000 Euro dazu. Und du gehst ins Bett mit 10.000 Euro. Am selben Abend wirst du dich wahrscheinlich fühlen wie ein junger Gott. Gut, jetzt stell dir vor, du hast 50.000 Euro und du verlierst 30.000 Euro. Am Ende des Tages hast du noch 20.000 Euro und du wirst im Bett gehen mit dem Gefühl, dass du der größte Verlierer überhaupt bist. Faktisch gesehen, objektiv gesehen, hast du immer noch 10.000 Euro mehr als der andere. Aber das Gefühl, mit dem der andere ins Bett geht, wird um einiges besser sein. Und vor allem wird der andere sich mit 10.000 Euro weniger um einiges sicherer fühlen, als du mit dem Doppelten an Geld, mit den 20.000 Euro. Wie du siehst und was ich dir an dieser Stelle klar machen möchte, ist, egal ob es um die Entwicklung geht im Außen oder um das, was du bereits besitzt, der Schlüssel zu allem ist hier oben. Denn du kannst alles besitzen und trotzdem arm sein, du kannst alles besitzen und von allem abhängig sein und du bist vielleicht im Außenreich, aber innerlich befindest du dich in einem Gefängnis und deine Welt ist innerlich vielleicht so groß, weil du eigentlich arm bist, denn du bist abhängig von all den Sachen, die du brauchst, damit du dich so fühlst, wie du dich vielleicht in dem Moment fühlen kannst. Das soll es hiermit gewesen sein und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal, mach dir noch einen schönen Tag, bis dahin, adios.